Hallo und wieder herzlich willkommen zu Hellblade Senua's Sacrifice und ich glaube ich werde gleich umgebracht von dem scheiß Viech, was mich da hinten anknabbern will. Ihhh! Oh fuck! Oh ja, I see you! Oh fuck! Ähm, awesome. Es ist ein riesen Vogel! Das finde ich super. Oh, Fußrot da, was macht der denn da? Der hat keine Hose an. Okay, das sollte mich wahrscheinlich weniger beschäftigen. Ah! Oh ja, awesome. Was ist das? Was, 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 was? Oh, what the fuck, wie soll ich denn den umbringen? Au! Ja, remember my training. Aua! Shit! Oh, what the fuck? Okay, what the fuck. Ja, nun. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel überlebe. Oh, schön, es ist kein Sound da. Jetzt ist wieder Sound da. Erstens kann ich keinen Fokus machen. Zweitens kämpft er eigentlich schon gegen mich, bevor ich überhaupt irgendwas tun kann. Finde ich super. Ich kann eigentlich nur ausweichen. Wieso weicht sie denn nicht aus? Oh, shit. Hässlon! Oh, ich hasse dich jetzt schon, du hässliches Vieh! Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, fuck, 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 fuck. Halt's Maul, du hässlicher Typ! Friss mein Schwert in deine Nüsse! Oh, verdammt. Ja, mach den Vogel wütend! Oh Gott. Was? Ah, er hat Pickleface geholt. I have no Bock mit dir zu kämpfen, du hässlon. Willst du dich bitte verpissen? Wie ist das? Wer ist denn schon wieder surrounding me? Dein Freund dabei? Ich hasse ihn. Hallo? Ich geh jetzt nicht auf dein... Oh. War ich zu schnell oder was? Ich hab deinen Freund schon umgebracht. Reg mich ja nicht auf. Ach, du Face. Hässliches. Oh, shit! Gott. Bitte weich aus. Oh Gott, die weicht nicht aus, die dämliche Henne. Was ist das denn jetzt wieder für eine Scheiße? Oh Gott, ich bin überhaupt nicht dead. Okay, die Stimmen in meinem Kopf sind nicht auf meiner Seite. Die wollen mich unbedingt, glaub ich. Jesus Christ. Schlitz dir in deinen Hintern, du nackter Vogeltyp. Aua. Tretchen in die Fresse. Du bist ganz schön unfair. Oh nein. Ja, nee. Jetzt hat er wieder seine Freunde. Pickle Face 1 und 2. Defend myself, ja. Hier, bitteschön. Hässlicher Typ. Nein. Niemand schlägt mich. Man schlägt keine Frauen. Hat dir das deine Mutter nicht beigebracht? Gut, die andere Frage. Wer hast du überhaupt eine Mutter? Oh, Kusuru da. Au, 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 au. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Komm schon. Immer diese Heavy Metal Darsteller. Ja. Der eine hat schon mal die Prügelstrafe ganz gut vor den Dienst. Noob! Beleidige dich, deine Gegner. Das ist keine... Ja, ja. Du mich auch. Kann er jetzt mal bitte sterben? Ich sterbe überhaupt nicht. Hört auf damit, das zu sagen. Mit dämlichen Grün. Ich mach immer denselben Scheiß. Dreck. Oh, der macht unfaire Scheiße. So. Der macht hiebschies. Ja, pscheißt! Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Jetzt stirb endlich, du Depp! Ihhh! Ich sagte du, nicht ich. Okay, am Tisch. Schreit der mich an? Ist der blöd? Ich hab keinen Fokus auf dem Bus. Ach, was ist denn? Ah! Fokus! Cool. Habe ich ihn? JAHU! Blöder Rabenbrunzer. Aber nicht this time! Halt, die Pissröse! Oh! So, jetzt werden keine Eier mehr gelegt, du Penner. Jesus Christ! Geist! The Mark of Valraven. One of the keys to the gate to Helheim. Brr! Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory bringing her closer to defeat. Ja, schön, every week he- Brr! Jetzt ist mein Ding gewachsen, wann ich- Ja, danke. Letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northman. And she would not have this chance to find Dillion's soul. Meister der Illusion, ne, die Gippie. Every victim bringt mir trotzdem eine Verseuchung auch dazu. Das ist ja auch schön toll. Und deine Belohnung dafür, dass du einen Gegner besiegt hast, ist nicht, dass wir dich mit Gold und Juweten überschütten und neuem Equip. Nein, du kriegst ein bisschen Seuchen-Special an deiner Hand. Yippie-Ai-Jay. Oh Gott, das sieht echt eckerlich aus. Like, lol. Kann ich- Gibt's hier auch Abkürzungen? Ich probier mal, da oben lang zu laufen. Von wo bin ich überhaupt hergekommen? Ich kenn mich gar nicht mehr aus. Äh, ich glaub, ich muss hier lang. Ich kam, glaub ich, von da. Ja, weil an diesem Klimbim bin ich nicht vorbeigekommen. Wie so wackelig das ist. Also keine Ahnung, ich hab hier keine verworfenen Frames, aber trotzdem ist das irgendwie gerade ruckelig. Oh Gott, jetzt kommt das Bild wieder in so ne Ekelphase. Ach, das war, okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Das war ziemlich am Anfang, wo ich da hochgelaufen bin, um das erste Symbol zu dingsen. Warum ist das jetzt hier schon wieder so ruckelig? Ich hab schon alles ein bisschen runtergestellt. Ja, jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Das Spiel ist einfach, nimmt einfach so viel Ressourcen. Wahnsinn. Also einen schwächeren PC dürftest du da gar nicht haben, ey. What the heck? Komische Ding ist aber immer noch mit drin. Aber ich bin froh, ich hab das ja schon bei anderen Leuten auch gesehen, so ein bisschen von denen. Also nur die Anfangsminuten. Und die haben ähnliche Probleme mit dem Grafikding. Also ich meine, ich hab jetzt schon einen starken Computer eigentlich hinter mir. Also, das ist ein bisschen merkwürdig. Machen wir mal das nochmal ein bisschen. Vielleicht die Sichtweite auf den Mitten. Ja, jetzt gucken wir mal so. Ja, gespeichert. Okay, wunderschön. Da muss ich lagen. Gerade ging's auch ohne Probleme. Ich weiß jetzt nicht, was das Problem ist. Ja, weil jetzt wieder mehr Licht hier ist. Jetzt ist es hell geworden und schon spackt es rum. Kannst du mal bitte dein Popo bewegen, Senor? Dass ich nicht selber speichern kann, irritiert mich übrigens immer noch. Okay, jetzt... Oh nein, jetzt werden mich gleich wieder freaksen. Wieso traue ich euch nicht? Ihr werdet mir gleich wieder Affen an die Backe schicken, oder? Ich hab schon geöffnet... Oh, shitty! Uh-oh. Wo hat sie denn jetzt die Schminke in ihrem Gesicht? Sehe ich jetzt Rückblende in ihre... in ihre Dings, wo sie herkommt, oder was? I'm not amused. Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien! Damien. Oh, shitty. In this waking nightmare... Where all dreams come true... You searched for control... A way to pull through... When you were in love... When you were in love... You left him in tears... To smother your furies... And banish your fears... But in darkness they came... Through stormy black seas... They raided these shores... Do you still hear his screams? And now... And now... That you're home... He's so far away... They've taken his soul... To these gods you cannot pray... They can break you... But not your promise... Even death won't keep you apart... Through his darkness you will find him in your sword... Still beats our heart... You fought for love unspoilt... By your darkness... Wow... You fought for your dreams... Now there's no way to win... In the head of his corpse... Oh my god... What are you doing with his face... The whole thing is... So you must carry his vessel... To bring him back home... Oh my god... What a plan... What a plan... Kill... What did you do? No... You did this... No... 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 Okay, da hat sie wohl einen... Endgültigten Zusammenbruch gehabt... No... 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 They can break you... But not your promise... Even death won't keep you apart... Through this darkness you will find him... And your sword still beats... A art... The darkness touched you... Everyone could see it in the hollows of your eyes... A gaze... A gaze... Averted... From life... You ran from it but brought it nearer... Led it to him... An endless suffering... Worse than death... And you wanted to surrender... Abandoned to find peace with the gods... No... The darkness won't allow it... So you will walk into the lair of the beast... Look it in the eye... And you will go to war... This is your mission... This is your quest... There is nothing else left... Oh man... Also jetzt bin ich auf dieser komischen Brücke, ja... Wow... Äh... Okay, und jetzt ist plötzlich Wasser hier... Wo vorher keins war... Ich bin ja da unten angelaufen und da hoch... Und dann darüber balanciert... Da war noch kein Wasser... Da war Epi... Oh Gott, was ist das denn für ein komisches... Nicht schon wieder... Kai Uwe... Guck mal, wie der immer so... Hä, ihr wisst was von mir, hä? Junge, ich hab gerade echt ein dramatisches Erlebnis hinter mir... Don't touch me... Because... Ich könnte dann unter Umständen sein, dass ich echt sauer werde... Und dann muss ich dir leider deine Nüsse abschneiden... Der hat... Ach, nicht schon wieder da Freunde mitgenommen... Wieso kann ich nicht ein anderes Calling haben? Zum Beispiel, dass ich rosa Kaninchen züchten muss oder so... Aua! Der wie Metal Man will mich umbringen... Ich hab da einen Freund gerade von der Brücke geschmissen... Ich würd's mir überlegen, mich anzugreifen... Du hast noch die Möglichkeit, dich zurückzuziehen... Da denkt sich jetzt... Hey, 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 hey... Bin ich voll so krass? Du bist Pickleface... Niemand wird hier irgendjemanden angreifen... Keiner... Ach, der Schilderzipfelklatscher ist auch wieder da... Yippie... Ach, das waren wahrscheinlich andere Pfutzis, die sie angegriffen... Und deswegen siehst du wahrscheinlich da so Hallus von denen... Ach, du bist einer von den wirklich... Wirklich, 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 wirklich nervigen... Weißt du das? Ich meine, ich mag dich echt nicht... Wirklich, wirklich, wirklich nervig... Aua! Ja... Oh, ja. Du mich auch. Ui, 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 ui. Muss ich mich einfach von der Brücke stürzen? Oh, okay. Leck mich! So. Mit freundlichem Gruß. Diese Pulp-Pussy-Publi-Hubli-Psychos mit ihren Schädern. Oh. Meh. Das freut mich jetzt. Ist das hier die Totenhalle oder so? Wieso muss ich auch mit einer Göttin mich treffen, die einen kompletten Knall hat? Ich bin so dagegen. Mit einer verwesenen Göttin wohlgemerkt. Halbverwesend. Oh, shitty. Wow! Was war das denn jetzt? Oh, scheiß Dreck! Äh. What? Steh auf! Los! Ich kann nichts machen. Gehört das jetzt zum Spiel oder was? Ah, she can still do it. Entschuldigung, der hat ja wohl beschissen ohne Ende. Wow! Riesen-Mutanten-Mutant! Get out! Ja. Sehr witzig. Ich konnte nichts mehr drücken, ey. Ich hab sämtliche Tasten gehämmert. Der futzt mir erstmal voll einer in die Glocke rein. Okay, er ist maybe, schwerfällig, aber wenn der mich anstürmt. Wie ernsthaft ein Problem. Schön! Das weiß ich auch, dass er mich rechen kann. Ihr Psyche-Stimm. Au! Ja, wow! Ja, get up! Jesus Christ! Das ist die Witze! Ausweichen. Du und deine Freunde, gib mir tierisch auf den Zipfel. Ich mach lieber Professor Leighton und Rätselspaß, als so voll deppig... Ah, Fuß, oder da? Typen da misshandeln. Kann er uns mal sch... Oh, das ist ja wohl unfair. Ja, nee, ist klar, halb 20 Gegner. Ja, du bist ja ganz linke Bazille von hinten. Du Penner-Face. Das ist übrigens jetzt der neue Name. Penner-Face. Aua. Der mag seinen neuen Namen nicht. Du und deine... Oh nein, und der Schild... Ich seh nichts, danke für die Solle im Bild. Oh ja, du bist der ganz Tolle. Ich guck mal, ich kann auf mein Schild trommeln. Ich hab'n ganz großen Schniedelwutz. Bin ich beeindruckt, Chidermann? Don't give up, don't give up. Finish this. Finish this. Finish him. Na, wirst du mich angreifen? Schmusi, schmusi, schmusi. Penner. Wer uns noch so in die Fresse hauen will, sehen wir vielleicht im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über den Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.